Wo sind wir? Wir sind bei der neuen Anfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei sind natürlich noch Akuno Moon. Hallo. Ja moin. Und jetzt. Wir sind jetzt hier, wo du immer sagst, da kommen die anderen an. Ach, die Musik ist, hä? Ich hab die Musik ausgemacht. Weil Musik wär vielleicht cool so nebenbei, aber ich kann halt überhaupt nicht, ich kann das nicht, wenn ich Musik habe. Und dann hab ich auch immer Sorge, dass man... Hä? Keine Ahnung. Als ob die drei Bolzen aushält. Ach, du die Eifeln alles aus, hä? Guck, die Stuben fliegen. Also ich sag mal so, wenn die Leute gerne Musik dabei haben möchten bei den Folgen, können sie halt machen. Weil ich kann die Musik gern machen, dann mach ich sie aber hier auf den Ohren einfach aus. Aber... Kann auch stören, deswegen. Kannst du bei der Musik jetzt immer unter den Videos laufen? Nö. Aber ich könnte jetzt welche anmachen. Oder die bei mir auf den Ohren raus machen. Ach, nee. Ich denke... Ich denke... Vielleicht möchten Leute ja mithören. Oder so mitfiebern. Also wenn halt welche Bock haben. Ja. Aber ich stört halt Musik. Ja, bei dem spürt schon. Das ist halt echt schrecklich. Mal so, mal so. Mal so. Mal so. Handmusik? Je. Ja, das ist ja auch zu schöner Musik. Warte, Raben. Hab ich keinen die Kopfhörer falsch rum? Nee. Geht da falsch rum? Okay. Ich dachte erst, die Kopfhörer falsch rum. Weil die sich eben komisch angefühlt haben. Aber... Die saßen nur nicht richtig am Kopf. Ach so. Das ist ja total. Da rennt er aber durch. Ja, aber die kannst du direkt damit anschießen. Das geht doch stimmt. Dann stirbt der. Wer hat's? Bei mir. Ja. Wer hat denn Knuder? Äh... Web... Wepping. 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 Stornbill. Wepping. Da schlägt doch einer. Aber... Hier passiert doch irgendwas hier hinter. Ja. Die waren eben noch nicht da. Komm. Ja. Na gut, die wissen eh, dass wir noch hier sind wegen nem Hinweis. Ja, ja. Da oben ist... Bei mir! Sind alle bei mir! Muss los! Hat nen Hit oben? 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 Ja, rechts, rechts an der Seite, da ist so ne Treppe. Da hat einer hochgelaufen. Willst du mich verarschen? Die eine Seite, da ist so ne Treppe, da war einer oben. Hä, Hilfe! Ich backle gerade rum im Spiel. Buchen? Ich hab mich gerade so hin und her gebackt. Hä? Da hinten. Nein! Die sind da hinten, die haben da Flaming. Eingeschmissen. Moment, aber wieso... Wie kommt die da hin so schnell? In der Ahnung. Ah! 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 Was ist der Sicker? Doch, wird angeschossen. Ja. Ja, ich hieß jetzt halt da drauf. Oh, klar. Oh, hi! Hinterm Zaun. Ja, guck mal an. Ja, guck mal an. Von wo denn? Ich krieg hier einfach die Krise. Helis hat mich umgebracht. Ich hab' ein... Ich hab' ein... Sehr gut, da ist noch mal einer. Jetzt kann man, dass er Felix holen will. Hatten Hit. Ja, weil wir nicht. Okay. Jo. Könnt ihr mich holen? Ja. Hm. Boah, ich weiß nicht, wie die mich getroffen haben. Also, keine Ahnung. Ich hab' die nicht vor mir gesehen, ich hab' extra drauf geachtet. Die kam' gerade von hier rechts, hatte ich gesehen. Die ist dann da hinter den Stapel. Ja, aber die war bei mir! Also, ich hab' ja hier gestanden. Die kam' auch gerade aus deiner... Aus deiner Richtung kam' die hier hergelaufen. Ich hab' die einfach nicht vorsehen. Ich such' noch jemanden. Wo liegt der denn? Hier sollte eigentlich noch jemand liegen. Warte. Take Blood Bones? Okay, ich hab' Blood Bones gefunden. Ich weiß nicht. Da liegen Blood Bones. Ja. Hier, die liegen hier beide zusammen übereinander. Ja, aber wo ist denn die andere? Jetzt noch drei Stück, oder nicht? Ja, ja. Dazwischen müsste irgendwie noch einer rumliegen. Ich hab' ja einen weggelegt halt. Und wo denn? Ach, hier liegt noch einer! Wir haben ihn nicht gesehen. Ja, dann loot ihr die. Könnt ihr looten. Ne, könnt ihr looten. Ne, könnt ihr looten. Ich hab' schon zweimal gelootet da hinten. So habt ihr auch zweimal. Na klar. Na klar. Wuhuuu. Wuhuuu. Wo sind wir allen? Ja. Ja, du dich gleich. Krieg' nen Rissen wieder. haben wir generator. Was kommt schon? Ach! Ging über auf 90. Hat nen Hit. Rücken sich angelockt. Hier hinter ist irgendwo einer. Ja und hier irgendwo. Na klar ist da auch noch eine. Da fährt er sogar. Alter. Häng mal aus dem Ball draus. 380. Ey ich häng einfach die Krise. Mit der Mosi Nagant. Wird ich wollen? Ne der zielt ja drauf. Hat nen Hit bei mir. Ja wir kommen hier rein aber nicht weg. Ist hättest du ein Geburtsturm? Ne ich glaub da waren wir. Hilfe. Von wo? Komm hier. Hat nen Hit. Komm rein. Ich bin tot. Oh ich häng die Krise. Warte. Warum haben die alle als endlich auf mich abgesehen? Bitte mich jetzt nicht holen. Ich hab nur noch einen Balken. Hat nen Hit. Ich hab nur noch nicht. War ich zu gut um zu treffen. Weiß ich ob der outdown ist. Ragun erwirft. Du hast immer getroffen. Oh Happen. Ja. Da ist aber noch einer. Halt dich erstmal. Mach dir keinen Stoff. Da sind noch ein paar. Ja ich war grad mitten im Fight man. Da ist noch einer. Fight man? Das ist auch cool. Wir holen ihn schnell Ragun. Oh Gott. Echt ey. Abun. Was machst du denn? Die holen ihn doch schon. Oh Gott. Der schießt einer. Oh Gott ist das spannend. Wie viel sind die denn noch? Wie viel leben noch? 2. 200 Kunde. Und dann glaub ich ne Mosi mit Scope. Pass auf. Schaff das Ragun. Ich schwitz. Er wirft. Guck was an. Du bist blind. Noch was. Wirklich. Hier bist du. Wir haben ihn aufgehoben. Das ist dir nicht gefallen. Das ist dir nicht gefallen. Schön. Hinter dir. Verdammt. Oh. Nice. Versteck dich. Halt dich. Nice. Hilfe. Nice. Hinter dir. Halt dich erstmal. Mach dir nicht so einen Schritt. Ach ja doch. Warte. Falsch die Kusche. Ich schwitz. Ich schwitz. Na gut. Wie viel kommen denn da noch? Da sind noch ein paar. Pass auf. Kannst du uns holen? Nimm dich sicher. Nein. Ich hab nur noch einen Balken. Das andere du. Ja. Ich glaub wir sind alle. Nein. Das sind noch welche. Ja. Du schwitz. Ja. Guck es auf. Die brennen wen an. Aber nicht uns. rechts. Renn. Oh. Nein. Schade. Oh Gott. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Schade. Oh Gott. Laufen die jetzt alle mit dieser blöden Karabiner rum? Ist das noch jemand? Das sind halt alle. Ja aber wirklich. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Das war so spannend. Alter. Junge. Du warst gar nicht so schlecht. Es leben auch nur noch die drei. Wir sind gar nicht mehr auf der Map. Ja. Ja. Und auch nicht. Ist ja keiner mehr da. So. Alter. Gut. Kann man ja mal machen. Fünf? Zwei. Zwei. Ich hab fünf. Achso. Ich hab ein. Das hilft. Gut. Ja. Ja. Das war spannend. Und viel. Und. Hui. Ja. Da es trotzdem spannend. Und viel war. Hui. Häng ich noch was dran. Also dranbleiben. Los. Oh. Tschüss. Da freut sich noch jemand. Tschüss. Hallo. Achso. Weiter. Tschüss. Was? Ist doch gar nicht lustig. Die Folge ist noch nicht eingefallen. Naja. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mittlerweile ist natürlich noch der Gune Moon. Hallo. Hallo. So. So. Aber. Mich kriegt also. Was? Also ich lach zwar auch über jeden Scheiß. Aber. Wo ist das? Ich muss sagen. Ich find das bei dir so witzig. Wenn du so ein bisschen genervt bist. Mit deinem. Leute. Das ist witzig, wenn du genervt bist. Danke. Das ist ja toll. Bitte. Was ist das lustig, wie du genervt bist? Der wollte einfach mit dem Sarkasmus einfach kommen. Oh. Oh. So. Ja da. Du musst doch kurz niesen. Eieiei. Oh süß. Gesundheit. Danke. Oh. Eieiei. Heizungsluft und so. Das gibt's. Aber. Du weißt ja wie du. Nein. Was? Ähm. Ah. Ja. Okay. Da hab ich irgendwie so ein Ohrwurm von. Patszi mein Schnatzi. Puts Näschen mein Näschen. Das ist ja nicht mein Lied. Ja. Und plötzlich läuft die Beziehung wieder. Einfach rein zu draus machen. Was muss man machen, damit die Beziehung wieder läuft? Ist das vielleicht doch ein Lied? Ist das vielleicht doch ein Lied? Ich weiß es nicht. Du weißt ja nicht. Du weißt ja nicht. Nächste. Du weißt ja nicht. Du weißt ja nicht. Der Fuchs kennt immer so kuschelig. Und Marcel ist jetzt auch der einzige Person, also bei der ich zu 100 Prozent reich. Ach so. So. Bei der ich halt weiß, dass er halt weiß, wie ich das meine und halt nie böse ist oder so. Und man kann sich halt selber auch mal so ein bisschen necken. Zieh aus. Das ist sowas als wichtig. Ich sag nicht. Hä? das ist die magie der das mit dem pick dich was ist kann man es auch ausdrücken wo ist denn helfe warum geh mir das überhaupt hin weiß nicht so wie sie suchen was special naja dann aber wenn man sowas gefunden hat ist sowas gold werden special money ich weiß das ist echt gut meinst du das auch neckisch das weiß ich nicht bestimmt also wenn sie halt nur so lieb also ich hab das einmal aus Versehen gehabt dass ich ihn so doll in seiner Schulter geboxt hatte weil er es mich geärgert hatte also das war halt schon neckisch nach 10 Tagen war ja im Krankenhaus wieder raus das ging ja genau okay nur so ein bisschen fester gegen den Schulter ich musste auch ich musste im Krankenhaus auch damals sagen ich bin runtergefallen die Treppe ja genau ja ja stimmt wüsste ich doch nicht sagen und wenn dann tut es mir sehr leid habe ich auch trotzdem gesagt ich wollte dich nochmal zum Teil dran nehmen naja manchmal traue ich mich wegen den blauen Flecken dann nicht vor die Tür weiß nicht ob das lieb gemeint ist ja du kennst das ich mein echt so ist das das klingt übertrieben ne ne ich kenn das ich mein ja genau was ich bin mit dir ja der Boss ist hier ich hole kurz den Hinweis oder nicht? du meinst vielleicht das war der andere Dickie aber der Boss ist bei Kingsnake glaube ich nochmal da geh ich doch nicht irgendwo die dich nämlich noch mit kommt keine Frau kann mich durchschlagen vielleicht in sich will die halbe Portion kann ich ja nicht haha das sag ich nicht mehr danach wollens jetzt sind Deinfall tot ich bin so so 1 3 3 52 aber du bist 1 1 1 81 87 oder 1,92? Der Ausweis ist 1,90. Okay. Hey, guck mal, ich bin noch gar nicht so weit weg davon gewesen. Das stimmt. Aber eigentlich bin ich, man müsste nochmal die 1,250 nochmal halbieren. Wenn ich ja neben dir stehe, dann muss man die nochmal halbieren. Ja. Kann ja nicht stehen. Ja, aber du bist ja trotzdem höher. Du ruht schon nicht über den Boden. Also. Also. Ich glaube, das ist halt der große Antifat, was an mir muss. Also für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, ich sitz im Rollstuhl, aber bin halt normal, also kann mich halt nochmal bewegen, die auch auf Festivals und solche Sachen. Ja. Und das ist halt das Schönste, dass Gotax das auch so so halt, ja, kann, das ist so das Schönste, wenn man dann jemanden gefunden hat, der 1 zu 100 Prozent nehmen kann, wie man ist. Ja, für manche ist das halt schwierig. Ja. Ja, Leute, wenn sie sehen, ich meine auch. Gaben. So. Ja. Warte, da sind hier. Oh, ich hab dich gerade einen blöden Staubkorn. Ich glaube, schon gemacht, ne? Ich weiß nicht, das fängt ja immer so laut an. Ja. Der sieht gerade aus. Ja, okay. Ich geh mal von oben so ein bisschen. Hä? Na klar. Warte mal kurz anziehe, ich lass mal rein. Na klar, kommst du jetzt hier an. Auf dem Dach bei einer, da wo ich mal Kniff habe. Ach, scheiße. Ich hab, ich hab gerade meine Munition weggeschmissen. Mach noch kurze Dinge auf. Ja, sehr gut, dann kann ich was reinschmeißen. Ah. Okay, vielleicht doch noch nicht. Wuh. Aua. Oh, Mann. Ich seh da einfach nichts, wenn ich da rein gucke. Ich seh auch hier nichts. Ja, es geht's. Aber hier guckt halt keiner. Komm schon. Ja, aber von der Position hier aus, guck mal direkt gegen die Sonne. Weiß halt nicht, wo die sonst noch hier rausgucken können. Ja, ist da unten. Ist da oben. Und wo denn? Dieses Fenster. Hat ein Hit. Hat ein Headshot gegeben da? Komm schon. Au, ab hier. Ich hab dir einen Headshot gegeben. Hast du das gehört? Sehr gut. Nee, hab ich nicht gehört. Die liegt jetzt da. Mit welcher Punkt? Erster oder zweiter Punkt? Äh, ich weiß jetzt nicht, wer ich bin. Ich bin jetzt hier bei dem hier oben. Ach so. Da oben liegt jemand tot. Ja, ich hab den gerade einen Headshot verpasst, das Rauch. Wo ist sie? Äh, hier irgendwo. Ich hab noch einen gekillt. Da ist noch jemand tot. Ja, hab ich gerade gekillt. Er ist immer noch rot. Oh, oh. Ich hab zwei gekillt. Schön. Sehr gut, niemanden. Komm, mal kurz Gifte und hin. Oh Gott. Wo? Unten, ich hab ihn mal getroffen. Äh, hat hier drin, pass auf. Ja, geil. Das war richtig gut. Ich hab hier noch gebändisch. Oh, ja. Hat einer nachgelooten? Äh, nee. Ja, ich. Lootet mal bitte alle schon mal. Ja, ich loot die jetzt schon mal. Am besten ragunen. Gerade mal kurz. Okay. Bevor hier welche kommen. Oh, erst mal kurz die Pfeil machen, oder? Ach, hier liegst du? Sehr schön, sehr schön. Ja, schön gemacht. Die Tür fehlt. Wee. Hier liegt ne Kornet hin, oder? Hallo? Ich möchte hier rein. Hallo? Da liegt ne Kornet hin. Ich hab irgendwas draußen schlagen hören, glaub ich. Okay. Mach ja mal eben kurz ein Dings hin. Ich hab hier ne Falle hingemacht. Wo ist die andere? Ja, die liegt mitten im Gift drin. Ich hab hier noch mal ne Falle hingemacht. Ich hab hier auch. Ich brauch ich nicht weiter, ob man da reinkommt. Ich bin da ein bisschen stolz auf mich. Zwei geholt. Na schön. So. Hier brennt's ja. Hier liegt nur ne Speck da rum. Ne Specki? Ja, ich lieg doch vorne. Ist das hier irgendwie Special Ammo? Oder so? Äh. Oben. Ja, oben war immer Special. Ach, ich kann ja nix hinpappeln. Was ist denn das Tier? Ach, Leute. Hey. Da. Ah, danke. Ist du gerade gehübt? Ich bin gehübt. Okay. Oh Gott, hier ist ne Falle, okay. Ich hab leider gerade ausgelöst, sorry. Alles gut, hier unten ist nochmal Special? Weil ich hab mich verlaufen. Ist denn hier unten lang? Irgendwo, cool. Wo ist nochmal Special? Ach, da unten. Wie komm ich da hin? Ach, ja. Liegt mir Speck da rum? Hier sind noch ein paar Dolaris. Na ja, ein Speck da. Du hast, fand ich so ausgelöst? Ja, Geräusche? hier irgendwo? Hier irgendwo? Einer hier hinten, zwei da oben. Hier ist jetzt einer. Hier sind die von oben runter. Oh, aber hier sind zwei oben, ja. Hier aus dem Fenster raus, hier war die gerade hier unter, genau. Pass auf. Was? Hä? Warte mal ganz kurz, einmal ganz kurz leise bleiben. stehe. Da stehe. Fagundu auch? Okay, draußen am Stein. Dort. Der Typ ist jetzt hier. Der am Fenster war. Ab ihn, ab einen. Mach mal, ich fülle ihn aus. Oh! Ah, fuck! Ah! Hinter mir! war gut bei der kutsche oben glaubt du holt einen wieder oder weiß ich nicht weiß nicht wo die anliegen links neben mir ja wir sind aber tot ja hast du nico ja hatte aber nein deswegen bin ich gestorben weil ich nur noch mit der ja weil ich mir das wertigen aus also wie viele sekunden hast du noch also gut einzuholen ja und davon war um schon ja lange muss man kurz los rechts oder nee könnte mich auch wohl weiß nicht wo die ist nein da hat jetzt eine karabiner ich bin so blöd ich habe mich verdrückt mit der maus mit der tastatur meine ich als ob die so gut betrifft so jetzt kann ich mir in die hand schnägen wir haben fünf kills ich habe zwei stamina shots bekommen ich habe einen kill und einen assist heil ich glaube ich nehme noch mal die bärtige die war gar nicht so schlecht genau wie diese folge also jetzt aber gefallen haben sollte das gerne leichter abung natürlich nicht vergessen und am nächsten mal wieder einschalten tschüss